Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher Kapitel 1 Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Da wir uns unablässig erinnern an euer Werk des Glaubens und eure Liebesarbeit und euer Beharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Denn wir wissen von Gott geliebte Brüder um eure Erwählung, dass unser Evangelium nicht nur im Wort zu euch kam, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewißheit. Wie ihr ja wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachfolger geworden, indem ihr das Wort unter viel Trübsal aufnahmt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern auch an jedem anderen Ort ist es kund geworden, wie ihr an Gott glaubt, so dass wir nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, wie wir bei euch Eingang gefunden und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um euch dem lebendigen und wahren Gott zu verknechten und auf seinen Sohn vom Himmel zu harren, welchen er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn birgt. Kapitel 2 Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, bei euch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf. Denn unser Zuspruch entspringt nicht dem Irrtum noch unreinen Absichten, auch keinem Betrug, sondern gleich wie wir von Gott geprüft und mit dem Evangelium betraut worden sind, so reden wir, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, da wir doch als Apostel Christi würdevoll hätten auftreten können, sondern wir benahmen uns liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unsere Seelen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemandem von euch zur Last zu fallen, und predigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst und Gott seid Zeugen wie Huldreich, sowohl gerecht als auch untadelig, wie bei euch den Gläubigen gewesen sind. Wie ihr ja wisst, dass wir jeden Einzelnen von euch wie ein Vater seine Kinder ermahnt und ermutigt und beschworen haben, Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Königreich und seiner Herrlichkeit beruft. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr das von uns empfangene Wort der Predigt Gottes aufnahmt. Nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort, welches auch in euch den Gläubigen wirkt. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil auch ihr von euren eigenen Volksgenossen dasselbe erlitten habt wie auch sie von den Juden. Welche auch den Herrn Jesus getötet und die eigenen Propheten und uns verfolgt haben und sowohl Gott nicht gefallen als auch allen Menschen zuwider sind. Sie wehren uns, zu den Nationenvölkern zu reden, damit diese gerettet werden, womit sie das Maß ihrer Sünden alle Zeit voll machen. Das Zorngericht setzte ihnen nun aber schnell ein Ziel. Wir aber, Brüder, nachdem wir euer für eine kleine Weile beraubt waren, von dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns vor großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Kapitel 3 Darum, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium Christi ist, dass er euch stärke und ermahne wegen eures Glaubens, damit niemand wankend werde in diesen Trübsalen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn als wir bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir künftig bedrängt werden, wie es auch gekommen ist und ihr es wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern ließ mich nach eurem Glauben erkundigen, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns die angenehme Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie wir euch. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, eure Teilen bei all unserer Not und Trübsal getröstet worden, durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was können wir Gott für einen Dank abstatten für euch, ob all der Freude, die wir euretwegen genießen vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, euer Angesicht sehen und die Mängel eures Glaubens ergänzen zu dürfen. Er selbst aber, Gott unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber möge der Herr voll und überströmend machen in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie haben zu euch, auf das eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden, in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Kapitel 4 Im Übrigen nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem, was ihr von uns gelernt habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, noch mehr zunehmt. Denn ihr wisst, welche Anweisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass jeder von euch wisse, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu erwerben, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Nationenvölker, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit greife und seinen Bruder in der Sache über Vorteile. Denn der Herr ist ein Rächer für das alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Darum also, wer dies verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Über die Bruderliebe aber habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott belehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder darin noch mehr zuzunehmen und eure Ehre darein zu setzen, ein ruhiges Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, ganz wie wir euch angewiesen haben. Damit ihr anständig wandelt vor denen draußen und niemandes Hilfe bedürft. Ich will euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen in Bezug auf die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen keinesfalls zuvorkommen werden. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel her niederfahren. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Darauf werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Kapitel 5 Aber betreffs der Zeiten und Zeitfristen braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden keinesfalls entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid allzumal Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie auch die Übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung der Rettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander, und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Wir bitten euch aber, Brüder, anzuerkennen diejenigen, welche an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Achtet sie um ihre Arbeit willen, desto größerer Liebe wird. Habt Frieden unter euch. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass niemand Übles mit Üblem vergelte, sondern trachtet alle Zeit danach, Gutes zu tun, aneinander und an jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt die Brüder alle mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.